So, wir zeigen euch heute, wie man diese zwei wunderschönen Makame-Körbchen hier häkeln kann. Super einfach. Wir zeigen diesen kleinen Korb und auch den großen Korb. Der große und der kleine Korb unterscheiden sich vorwiegend über die Anzahl Reihen, die hier im Boden häkelt. Ansonsten ist auch ziemlich alles gleich, nur die Wände, die Anzahl Reihen in den Wänden hier sind beim großen Korb auch ein bisschen mehr. Was ihr dazu braucht, ist eure Häkelnadel. Häkelnadelgröße 6 ist am besten. Zwei Lederetiketten, die wir nachher drauf bringen können. Ein Maschenmarkierer, damit es sich einfacher häkelt. Und Makame-Garn von der Stärke 3 mm, circa 150 m, um diese zwei Körbe zu häkeln. Wir beginnen mit dem kleinen Körbchen und erklären hier Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze häkeln könnt. Der große Korb funktioniert genauso. Wir starten mit einem magischen Ring. Dazu nehmt ihr mal eure zwei Finger von der linken Hand. Wenn eure rechte Hand, die starke Hand ist, mit der häkelt, dann legt ihr den Faden vom Makame-Garn, von dem Enden hier einfach mal so drauf. Ihr schaut, dass ihr hier ein bisschen Abstand habt. Wir zeigen euch jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, wie ihr einen magischen Ring machen könnt, mit dem zum Beispiel solche Körbe hier begonnen werden oder auch Mützen oder ähnliches. Den Faden fixiert ihr hier mit dem Daumen. Dann nehmt ihr den anderen Faden vom Wollknäuel und wickelt ihn einmal oben, den Finger hier drumherum. Und auf der Rückseite macht ihr hier ein X. Dann nehmt ihr den kleinen Finger und fixiert den Faden, sodass das Ganze hier festsetzt. Jetzt greift ihr mit der Häkelnadel einmal hier vorne unter diesen Faden durch, vor dem X hier und holt den Faden einmal nach vorne, dreht den, schaut, dass die Schlaufe hier nicht zu groß ist. Und jetzt holt ihr den Faden nochmal hier von eurem kleinen Finger und zieht ihn jetzt durch die Schlaufe durch. Wenn das hier ein bisschen fest ist, dann hier mit dem Daumen einfach so ein bisschen nachhelfen, da zieht ihr jetzt durch. Und jetzt habt ihr euren magischen Ring auch schon gemacht. Ihr greift jetzt einmal um, haltet, fixiert das hier, zieht eure linke Hand wieder aus dem Ganzen raus und das ist euer magischer Ring. Der ist jetzt noch ein bisschen klein. Ihr könnt auch hier das Ende des Wollfadens da rausziehen, dann hängt das so hier hin und jetzt zieht ihr hier an dem rechten Ende etwas dran. Dann wird nämlich die Schlaufe hier größer, nicht zu weit ziehen, sodass ihr sowas ungefähr hier liegen habt. Ihr könnt hier an dem Ende, an dem losen Ende auch wieder ein bisschen ziehen, dann verkleinert sich dieser Ring. Deshalb heißt er auch magischer Ring, weil man ihn größer und kleiner machen kann. So, was wir jetzt machen ist, wir häkeln jetzt in diesen magischen Ring acht feste Maschen. Und dazu fixiert ihr das mal einfach so, dass die zwei Schnüre hier, einmal das lose Ende und einmal auch dieser Ring hier zusammenliegen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen jetzt unter beide durchgehen. holen uns dann den Faden nach vorne, also unter diesen zwei Schlaufen hindurch, sodass ich jetzt hier zwei Schlaufen auf der Häkelnade hatte. Die eine hatte ich ja am Anfang schon, die zweite habe ich mir jetzt geholt. Und holen wir den Faden jetzt nochmal, ganz wichtig, unter der Schlaufe durch. Den Faden nach vorne holen und jetzt durch beide Schlaufen hier einmal durchziehen. Und jetzt habe ich auch schon meine erste feste Masche gehäkelt. Jetzt kann man hier an den sind zwei Schnüren von dem magischen Ring ein bisschen ziehen. Dann wird das Ganze auch noch ein bisschen fester. Das ist jetzt hier unsere erste feste Masche. Man sieht dieses V, was wir hier gehäkelt haben. Das ist unsere erste feste Masche. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen unseren Maschenmarkierer, damit das ein bisschen einfacher ist, und stecken ihn jetzt durch das erste V einmal hier durch. Schaut, dass er nicht in das Garn einsteckt, sondern einfach drunter. Und dann habt ihr hier eure erste Masche auch markiert, weil die brauchen wir, um nachher die Runde zu beenden. Dann merkt ihr euch das einfacher, wo ihr eingestochen habt. So, das war unsere erste feste Masche. Jetzt häkeln wir in diesen magischen Ring nochmal eine zweite feste Masche. In Summe brauchen wir acht. Hier holen wir den Faden wieder nach vorne. Jetzt haben wir zwei Faden auf der Häkelnadel und den Faden nochmal auf die Häkelnadel und ziehen durch beide Schlaufen einmal durch. Wenn das am Anfang ein bisschen fummelig ist oder ihr Knoten in die Finger kriegt, ist das gar nicht schlimm. Das ist ein bisschen Übungssache. Wenn ihr das drauf habt, dann macht das Ganze auch später richtig Spaß. Deshalb nicht entmutigen lassen. Einfach weitermachen. Und das war jetzt die zweite feste Masche. Man sieht hier das zweite V hier oben. Was wir jetzt machen ist, wir häkeln jetzt eine dritte feste Masche. Wir gehen wieder unter beide Schnüre durch. Holen den Faden nach vorne. Haben jetzt wieder zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. und holen den Faden nochmal auf die Häkelnadel. Ganz wichtig, immer unter den Faden durchgehen. Drehen die Häkelnadel dann wieder so ein bisschen ein. Und ziehen den Faden durch beide durch. Das war jetzt unsere dritte feste Masche. Das Ganze ziehe ich hier auch immer wieder mit den Fingern so ein bisschen nach, damit das Ganze schön eng zusammenbleibt. Falls euch mal hier die Schlaufe zu groß ist und die Häkelnadel da zu viel Platz hat, das ist gar nicht schlimm. Dann geht ihr einfach her, lasst eure linke Hand los und zieht ein bisschen wieder ran. Und ihr seht, da oben wird die Schlaufe auch wieder etwas kleiner. Jetzt nehmt ihr euren Faden wieder. Geht hier, wenn ihr seht, ich faxiere das auch immer mit dem Mittelfinger und Daumen meiner linken Hand. Geht durch beide wieder durch. Hol den Faden nach vorne. Hol den Faden nochmal auf die Häkelnadel und gehe jetzt durch die zwei Schlaufen wieder durch. Und meine nächste feste Masche. Und jetzt können wir auch gut durchzählen. Wir haben jetzt hier unsere erste gehabt. Dann die zweite, die dritte, die vierte. Der Faden, der auf der Häkelnadel ist, den zählen wir nicht mit. Der ist auch noch nicht fertig gehäkelt. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, vier feste Maschen jetzt gehäkelt. Das heißt, wir brauchen nochmal vier, damit wir in Summe auf acht kommen. Ich gehe wieder da durch. Hol den Faden nach vorne. Hol den Faden wieder auf die Nadel und gehe durch beide durch. Ziehe hier wieder ein bisschen nach. Das war meine fünfte. Gehe ich in meine nochmal rein. Mach meine sechste. Gehe wieder da rein. Und mach meine siebte. Schau, dass ich das Ganze wieder ein bisschen nachziehe. Gehe wieder unter beide durch. Und mach meine achte feste Masche. Das Ganze könnt ihr dann links loslassen. Und dann schaut das ungefähr so aus. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt am Ende der losen Schnur hier vom magischen Ring können wir jetzt einmal ziehen. Und ihr seht, der Ring verkleinert sich hier. Und den können wir auch mal so ganz, ganz fest ziehen. Nicht komplett abreißen, so dass ihr seht, dass dieser magische Ring hier sich auch schon zu einem Kreis zusammenzieht. Und genau das ist, was wir haben wollen. Was wir jetzt machen ist, wir haben unsere Maschenmarkierer in die erste feste Masche hier gesteckt. So sollte das ausschauen. Und in die stecht ihr jetzt auch mal ein. Ihr könnt den Maschenmarkierer auch da drin lassen oder rausziehen, je nachdem, wie es euch einfach ist. Genau da stechen wir jetzt auch mal mit der Häkelnadel ein unter dieses V von unserer ersten festen Masche und hole in den Faden durch dieses Loch mal nach vorne durch. So, das kann ein bisschen fummelig werden, je nachdem, wie fest ihr schon hier gezogen habt. Jetzt habe ich zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. In unserem Maschenmarkierer können wir dann mal rausziehen oder ihr könnt ihn auch stecken lassen, je nachdem. Ich habe die Häkelnadel jetzt einfach abbestellt hier. Jetzt habe ich zwei Schlaufen auf der Häkelnadel und was ich jetzt mache, ist, ziehe die Schlaufe, die ich gerade geholt habe, direkt durch die andere Schlaufe durch. Das ist eine sogenannte Kettmasche und mit dieser Kettmasche haben wir jetzt unsere erste Runde beendet. Jetzt folgt eine Luftsteigmasche für den Übergang zur zweiten Runde. Dazu einmal den Faden auf die Nadel holen und einmal direkt durch die Schlaufe durch. Das ist eine Luftsteigmasche. Und dort, wo unsere Maschenmarkierer gesteckt hatte, wo wir zum Schluss hier die Kettmasche reingehickelt haben, haben wir in dieses Loch. Und da stechen wir auch jetzt direkt wieder ein. Das ist hier unter unserer ersten festen Masche, unter unserem ersten V. Dort stechen wir gleich wieder ein und holen durch dieses Loch unsere Faden nach vorne, weil da häkeln wir jetzt eine feste Masche rein. Das heißt, wir holen den Faden nach vorne, haben zwei auf der Häkelnadel, zwei Schlaufen und holen den Faden wieder und häkeln direkt in unsere Masche, jetzt diese feste Masche ein. Und das ist unsere erste feste Masche, die wir hier gemacht haben. Ihr nehmt jetzt wieder den Maschenmarkierer, markiert diese erste feste Masche, damit ihr wisst, wo er gestartet hat. Was wir jetzt machen müssen, ist, damit der Kreis schön gleichmäßig rund wird, müssen wir diese Maschen verdoppeln, nennt man das. Das heißt, in das Loch, wo wir da gerade eingestochen haben, stechen wir jetzt, wo dieser Faden jetzt hier rauskommt, stechen wir jetzt erneut ein und machen nochmal eine feste Masche in das gleiche Loch rein. Auch hier wieder den Faden nach vorne holen, habe ich wieder zwei Schlaufen auf der Häkelnadel, Faden auf die Nadel holen und durch beide durch. Und jetzt seht ihr, ich habe in das gleiche Loch zweimal eine feste Masche gemacht. Das ist unsere erste hier gewesen, die wir hier gemacht haben. Da hängt der Maschenmarkierer drin und da oben drüber sehen wir das zweite V hier. Das ist unsere zweite feste Masche und die Schlaufe, die auf der Häkelnadel ist, die zählen wir nicht mit. Und jetzt machen wir in jedes Maschenglied hier, das heißt, unter jedes dieser Vs, häkeln wir jetzt unsere festen Maschen rein. Und zwar immer eine Verdopplung, das heißt, zwei feste Maschen immer dort reinhäkeln. Das heißt, ihr geht dort, unter diesem V stecht ihr, da sieht man auch so kleine Hohlräumchen hier, da stecht ihr direkt ein, schaut, dass ihr immer durch beide, unter beiden drunter liegt, unter diesem V, unter diesen zwei Schenkeln, holt den Faden nach vorne, zwei Schlaufen auf der Häkelnadel, holt den Faden nochmal auf die Häkelnadel, zieht durch, erste feste Masche und jetzt stechen wir in das gleiche Loch, wo dieses schöne V hier gerade hochguckt, stechen wir da unten gleich nochmal ein, holen den Faden nach vorne und häkeln dann nochmal eine feste Masche, das heißt, wir haben wieder zwei feste, zwei Schlaufen auf der Häkelnadel, holen den Faden nochmal und ziehen durch beide durch. Jetzt habe ich auch diese zweite Masche wieder verdoppelt. Dann gehen wir einen Schritt weiter, hier vorne ist unser nächstes Maschenglied, hier ist unser nächstes V, auch unter das stechen wir wieder ein, holen den Faden nach vorne, haben wir zwei Schlaufen auf der Häkelnadel, holen den Faden nochmal auf die Häkelnadel und ziehen durch beide durch, das ist unsere erste und auch hier steche ich jetzt durch das gleiche Loch nochmal ein und häkeln meine zweite feste Masche in dieses Maschenglied. Und so verdoppelt ihr jetzt unter jedem dieser Vs die ganze Runde, das heißt, wir verdoppeln jetzt jede Masche, das heißt, ich häkel in jedes Loch zwei feste Maschen ein, um das Ganze schön gleichmäßig als Kreis zum Wachsen zu bringen. Würdet ihr nicht verdoppeln, würde ein Ei rauskommen, das Ganze würde nicht schön ausschauen, deshalb schaut, dass ihr immer in jedes Maschenglied auch wirklich zwei feste Maschen reinhäkelt, sonst wächst das nicht schön. Falls ihr mal eins vergessen habt oder so, keine Sorge, zieht das einfach wieder auf und dann könnt ihr nochmal dort beginnen oder weitermachen, wo ihr den Fehler gemacht habt. So, wenn ihr dann 16 feste Maschen gehäkelt habt, solltet ihr am Ende der Runde ankommen und hier sehen wir nochmal ein Loch, das letzte Loch, das ist die Kettmasche unserer vorherigen Runde, da stechen wir nicht mal ein, sondern wenn ihr hier oben zählt, wenn ihr 16 dieser Vs, dieser Vs gehäkelt habt, dann seid ihr auch fertig, weil wir haben 8 feste Maschen in den ersten Ring gehäkelt. Wenn wir jede verdoppeln, dann haben wir 16 jetzt feste Maschen in der zweiten Runde und wenn ihr die gemacht habt, die habe ich jetzt hier durchgezählt, 16 Stück, beziehungsweise die, die ich hier auf der Nadel habe, gezählt nicht, dann könnt ihr auch schon aufhören, dann seid ihr am Ende angelangt und jetzt stechen wir in dieses Loch, wo der Maschenmarkierer drin ist, stechen wir wieder ein und beenden die Runde mit einer Kettmasche. Dazu steche ich genau dort ein, wo ich den Maschenmarkierer reingesteckt habe, hier unter dieses V, in meine erste feste Masche von dieser Runde, hole den Faden nach vorne und ziehe ihn direkt durch die andere Schlaufe durch. Das ist eine Kettmasche. Den Maschenmarkierer tu ich jetzt mal raus, sonst habe ich ihn komplett verhäkelt und schon habe ich meine zweite Runde beendet und das Ganze sollte jetzt auch schon hier als Kreis und rund werden und ungefähr so ausschauen. Wenn ihr soweit seid, wunderbar, sehr, sehr gut gemacht. Ihr könnt auch den Maschenmarkierer hier drin lassen, wenn ihr beim Beginnen der neuen Runde es euch einfacher tut, dass ihr wisst, wo ihr dann gleich einstechen müsst. Jetzt machen wir den Übergang zur dritten Runde, hier auch wieder mit einer Luftsteigmasche. Das heißt, wir haben den Faden, holen wir uns auf die Nadel und ziehen ihn gleich durch die Schlaufe durch. Das ist unsere Luftsteigmasche. Dort, wo der Maschenmarkierer noch drinsteckt, da häkeln wir jetzt unsere erste feste Masche rein. In der dritten Runde verdoppeln wir nur jede zweite Masche. Wir beginnen direkt mit einer Verdopplung hier. Das heißt, dort, wo der Maschenmarkierer drinsteckt, steche ich nochmal ein, hole den Faden nach vorne, häkle meine erste feste Masche und wenn ich das gemacht habe, die feste Masche haben wir gerade gehäkelt, nehme ich auch den Maschenmarkierer gleich raus und tue den unter dieses V hier wieder einklemmen, damit ich weiß, wo ich meine Runde begonnen habe. Sonst ist das ein bisschen verwirrend, weil diese erste Masche auch sehr ähnlich ist mit dieser Luftsteigmasche, die wir da vorne dran gehäkelt haben. Aber da wollen wir es nicht einstechen, sondern gerade in diese feste Masche, die wir gerade gehäkelt haben. Den lassen wir dann mal drin, den Maschenmarkierer. Jetzt muss ich hier nochmal einstechen in das Loch, wo ich gerade eingestochen habe, weil ich die Verdopplung ja machen will. Damit wir auch gleichmäßig Zuwachs haben in der Runde, häkle ich meine zweite feste Masche. In das nächste Maschenglied hier häkle ich allerdings nur eine feste Masche, ohne zu verdoppeln, weil wir in der dritten Runde jetzt nicht mehr jede verdoppeln müssen. Also einstechen, holen, fahren nach vorne, fahren durch die Nadel, jetzt habe ich eine feste Masche, jetzt kann ich direkt zum nächsten Maschenglied weiterspringen, zu diesem Loch hier, und dort häkle ich auch wieder eine Verdopplung rein, zwei feste Maschen, das war meine erste, steche ich nochmal in das gleiche Loch ein, holen den Faden nach vorne und häkle meine zweite feste Masche. In das nächste Maschenglied, was das hier wieder wäre, häkle ich auch jetzt wieder nur eine feste Masche rein. In das übernächste, dann sind das hier wieder, zwei und so weiter und so fort. Das war meine erste, das ist meine zweite. Und in diesem Rhythmus könnt ihr die Maschen weiter häkeln. Jetzt kommt wieder eine einfache, eine Verdopplung, eine Masche, zwei, eine, zwei, bis ihr an das runden Ende ungefähr hier ankommt und da helfe ich euch dann weiter. Wenn ihr am runden Ende angekommen seid, solltet ihr 24 feste Maschen hier reingehäkelt haben. Das könnt ihr sehr gut überprüfen, indem ihr hier diese Vs, diese zwei Schenkel gehören ja immer zu einer festen Masche. Einfach zählen, das wäre erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter zählt. Dann solltet ihr 24 feste Maschen haben. Die, die auf der Nadel ist, zählt nicht. Das heißt, 24 hier in den Ring reingehäkelt haben. Dann sollte das ungefähr so ausschauen. In das letzte Loch hier stechen wir, da ist ja auch noch so ein bisschen was, da stechen wir nicht ein, sondern wir beenden jetzt die dritte Runde wieder mit einer Kettmasche. Das heißt, dort, wo wir den Maschenmarkierer eingehangen haben, unsere erste feste Masche, da stechen wir einmal komplett drunter, sodass unsere zwei Vs oben liegen, unsere Häkelnadel da drunter ist. Dann holen wir den Faden nach vorne. Voilà, ist mir gerade rausgefallen. Dann habe ich wieder zwei feste Maschen, zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. Den Maschenmarkierer könnt ihr dann parallel schon wieder rausnehmen, sonst häkelt ihr da den vielleicht mit ein. Und dann habe ich zwei Schlaufen auf der Häkelnadel und hier ziehe ich jetzt auch wieder die zweite Schlaufe direkt durch die erste durch. Das ist wieder eine Kettmasche, so beenden wir auch wieder die dritte Runde. So beendet man auch jede andere Runde. Jetzt haben wir unsere dritte Runde gehäkelt. Wir häkeln jetzt für den kleinen Korb noch eine vierte Runde. Dazu machen wir auch wieder den Übergang mit einer Luftsteigmasche, holen den Faden einmal auf die Nadel, ziehen ihn durch und verdoppeln jetzt nicht jede zweite Masche, sondern jede dritte Masche wird jetzt in der vierten Runde verdoppelt. Das heißt, wir stechen dort, wo wir unsere Kettmasche eben reingehäkelt haben, hier unten stechen wir gleich wieder ein, direkt da unten rein in dieses Loch und verdoppeln unsere Masche wieder, indem wir zwei feste Maschen da reinhäkeln. Unsere erste und unsere zweite hängen jetzt hier in unsere erste Masche, die wir auch gehäkelt haben. Wir haben ja gerade zwei gemacht, das heißt, in die vorletzte kommen wir auch unseren Maschenmarkier wieder rein, damit wir wissen, wo die Runde wieder startet. Und wir haben unsere erste hier verdoppelt, das heißt, in die nächste zwei häkeln wir einfach nur eine ganz normale feste Masche rein, bevor wir dann wieder unsere dritte wieder verdoppeln, beziehungsweise unsere vierte Masche jetzt hier wieder verdoppeln in dieser Runde. So, in diesem Stil häkelt ihr einmal rum, zwei einfache Maschen, dann wieder eine Verdoppelung, zwei einfache Maschen und wieder eine Verdoppelung, sodass ihr halt in Summe auf 32 feste Maschen kommt, die hier einhäkelt. So, wenn ihr eure 32 Maschen jetzt hier in diese Runde eingehäkelt habt, solltet ihr auch wieder ungefähr so am Ende ausschauen. Das heißt, hier wäre potenziell noch einer, wo wir reinhäkeln, aber das ist unsere Kettmasche von der Vorrunde, da häkeln wir nicht rein, sondern wir häkeln jetzt in das Loch, wo unser Ketten, wo unser Maschenmarkierer drin hängt. Häkeln wir jetzt wieder eine Kettmasche rein, das heißt, wir stechen da ein, wir holen den Faden nach vorne, ziehen ihn durch und ziehen ihn auch direkt durch unsere andere Schlaufe durch. Damit wäre der Boden für unser kleines Körbchen wäre somit beendet. Für unser großes Körbchen würdet ihr uns noch eine fünfte und eine sechste Reihe im gleichen Muster häkeln. In der vierten Reihe haben wir ja jede dritte Masche verdoppelt, in der fünften verdoppelt ihr jede vierte nur und in der sechsten Reihe jede fünfte Masche. Wir machen jetzt den Übergang vom Boden, der ja fertig ist für den kleinen Korb, hin zu diesem wunderschönen Strickmuster hier für die Wände. Dazu habt ihr euren Maschenmarkierer noch stecken. Dazu häkeln wir jetzt erstmal wieder eine Luftsteigmasche. Wir häkeln, holen den Faden auf die Nadel, ziehen ihn durch. Fertig. Und jetzt häkeln wir in das hintere Maschenglied von unserer festen Masche, von unserem V rein. Dort, wo euer Maschenmarkierer jetzt auch noch drin hängt, da ist ja dieses V, da sind diese Zweischenkel. Wir häkeln jetzt unter den hinteren so ein, dass nur eine eine Schlaufe über der Nadel ist. Holen den Faden nach vorne und häkeln jetzt hier eine feste Masche rein. Das heißt, wir holen den Faden nochmal auf die Nadel und häkeln jetzt hier unsere erste feste Masche. Den Maschenmarkierer hängen wir jetzt auch raus und hängen ihn genau in die Masche, die wir gerade gehäkelt haben, auch wieder ein, damit wir wissen, wo wir gestartet haben und lassen den mal hängen. Wir häkeln jetzt in dieses hintere Maschenglied hier feste Maschen rein. Wir stechen immer nur in den hinteren Schenkel, unter den hinteren Schenkel ein, holen den Faden nach vorne, zwei Schlaufen auf der Hickelnadel und machen dann wieder eine feste Masche. Auch wieder in das nächste Maschenglied hier stechen wir immer nur in den hinteren Schenkel, unter den hinteren Schenkel ein, ziehen den Faden nach vorne und wieder eine feste Masche. Und das machen wir jetzt rundherum bis kurz vor Ende. Und wie ihr seht, wenn man das jetzt weitermacht, auch wieder ein bisschen immer nachziehen, wenn es zu locker ist, dann stellen sich die Wände langsam in einem 90-Grad-Winkel nach oben, wie ihr hier auch schon sehen könnt. Das Ganze setzt sich dann langsam vom Boden ab und wenn man das dann so weiterhäkelt, dann seht ihr, dass die Wand sich anfängt, nach oben abzusetzen. Das Ganze jetzt hier einmal in das hintere Maschenglied immer weiter reinhäkeln, bis ihr die Runde komplett beendet habt. kurz vor Ende wieder aufhören und dann zeige ich euch, wie ihr weitermacht. So, wir haben jetzt auch 32 feste Maschen in das hintere Maschenglied gehäkelt. Jetzt schließen wir die Runde. Dazu nehmt ihr einmal eure Nadel aus der Schlaufe raus, nehmt eure Häkelnadel, stecht hinten, von hinten in die erste feste Masche, dort wo ihr Maschenmarkierer ist, einmal durch, nehmt die Schlaufe, die ihr ein bisschen größer auch lasst, auf die Häkelnadel und zieht die einmal durch. Das ist so ein sogenannter unsichtbarer Übergang, den wir hier zusammen machen. Das ist die Schlaufe hinten, die Häkelnadel nehmt ihr raus aus der Schlaufe. Jetzt stecht ihr neben dem Maschenmarkierer nicht unter diese zwei Maschenlieder, sondern nebendran ist das sogenannte Maschenherz, das man hier recht gut sieht. Da stecht ihr einmal ein. Das ist am Anfang ein bisschen schwer zu sehen, also es sollte auf jeden Fall neben dem Maschenmarkierer sein, so ungefähr sollte das ausschauen und wenn ihr das Ganze umdreht, solltet ihr hier auf der Rückseite eine Querschlaufe sehen, die jetzt über der Häkelnadel sein sollte. So sollte das ungefähr ausschauen. Ihr nehmt eure Schlaufe wieder auf euren Faden auf den Finger, holt den Faden jetzt einmal auf die Nadel und zieht ihn da wieder durch. Mir sei das rausgefallen. So, dass ihr eine Schlaufe auf der Häkelnadel habt. Was ihr jetzt macht, ist, ihr nehmt die andere Schlaufe, die ihr ja nach hinten durchgeschoben habt und nehmt diese auch auf die Häkelnadel, so dass ihr jetzt zwei Schlaufen auf der Häkelnadel habt und häkelt jetzt eure ganz normale feste Masche, indem ihr den Faden auf die Nadel holt und durch beide durchzieht. Das ist eure erste feste Masche, die wir jetzt allerdings nach oben gehäkelt haben. Das sieht man sehr schön, dass das V jetzt nach oben guckt und das ist genau diese Strickoptik, die wir hier erreichen, diese Vs, die nach oben sind. Wir nehmen jetzt unsere Maschenmarkierer raus und fädeln den genau hier in dieses V einmal seitlich ein, damit wir wissen, wo wir gestartet haben. Dort den Maschenmarkierer wieder festpinnen und wir häkeln jetzt genau in diesem Muster weiter, dass wir immer in das Maschenherz einstechen, also nicht unter dieses Maschenglied hier. Das wäre falsch, wenn ihr jetzt hier drunter einstecht. Dann gibt es eine ganz andere Optik. Das ist nicht so, wie ihr es machen sollt, sondern ihr stecht immer neben diesem V hier, was ihr habt. Nebendran ist hier dieses Maschenherz. Da stecht ihr einmal rein, führt es einmal durch und so, dass ihr auf der Rückseite diesen Querschlaufe wieder über der Häkelnadel habt. Das ist so, wie es ausschaut und links und rechts neben der Häkelnadel diese zwei Schenkel langfilmen. Das ist das Maschenherz. Ist am Anfang nicht immer ganz einfach zu sehen, aber mit einer bisschen Übung funktioniert das schon. Und dann holt ihr den Faden wieder nach vorne durch das Maschenherz da wieder raus. Habt zwei Schlaufeln auf der Häkelnadel, holt eure Faden und zieht sie durch beide durch. Das ist unsere zweite feste Masche, die wir jetzt gehäkelt haben, allerdings in dieser Strickoptik. In der ersten Runde ist das etwas schwer, in das Maschenherz einzustechen. Je höher ihr häkelt nachher, desto einfacher wird das. Auch hier wieder stechen wir nicht unter dieses V hier ein, sondern daneben in dieses Maschenherz. Das, was so ein bisschen geknäult ausschaut, da stechen wir ein. Da sieht man auch diese zwei Schenkel, einer rechts, einer links. Genau dazwischen drein wollen wir einstechen, so dass auf der Rückseite dann diese Querschlaufe auch wieder über der Häkelnadel verläuft und das Ganze so ausschaut. Und rechts und links von der Häkelnadel die zwei Schenkel auch liegen. Faden nach vorne holen. Das kann ein bisschen schwierig sein. Dann mit den Daumen nachhelfen. Wie gesagt, das ist nur in der ersten Runde schwierig. In der zweiten wird es viel einfacher. Und dann häkeln wir unsere nächste feste Masche. Und dann wieder das nächste Maschenherz. Das wäre falsch hier wieder. Das ist wieder unter dem Schenkel. Da wollen wir nicht reinhäkeln. Auch hier nicht daneben, sondern genau dazwischen wollen wir häkeln. Hier, das ist jetzt ein bisschen enger bei mir. Da muss ich jetzt auch ein bisschen nachhelfen mit dem Finger, dass ich da wirklich reinkomme und da durchkomme. Und dann sieht das Ganze auch wieder ordentlich aus. Die Schlaufe, die ist einmal über der Häkelnadel. Das passt. Dann ziehe ich meine Häkelnadel da wieder durch. Ich muss ein bisschen fröseln. Wenn ihr es durch habt, habt ihr es wieder zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. Ziehe meine feste Masche da wieder rein. Und auch hier ist das wieder das Maschenherz. Ganz wichtig, nicht daneben reinhänkeln, sonst ist das ein ganz anderes Muster, was ihr bekommt. Sondern hier in dieses Maschenherz wieder einstechen. Faden nach vorne holen. Und die nächste feste Masche. So häkelt ihr jetzt mal die komplette Reihe einmal durch. Auch hier wieder 32 feste Maschen reinhäkeln. Und kurz vor Ende werden wir den Übergang zur nächsten Runde besprechen. Wenn jetzt hier am Ende der Runde angelangt, steche hier noch einmal in das Maschenherz ein. Das ist wie gesagt das Schwierigste auch an dieser Runde. Beziehungsweise auch das Schwierigste an diesem gesamten Häkelset. Die erste Runde hier von euren Wänden, wo ihr in die Maschenherzen einstechen müsst, wenn ihr das geschafft habt. Sehr, sehr gut. Auch falls ihr schon ein paar Krämpfe in den Fingern habt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist gerade, wenn man am Anfang unterwegs ist und die Finger, die Muskulatur, sich noch nicht daran gewöhnt hat. Etwas mühselig. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier 32 feste Maschen eingehäkelt. Ich bin jetzt hier fast schon am Ende angekommen. Jetzt machen wir den Übergang zur zweiten Runde. Wir haben ja hier in unsere erste feste Masche den Maschenmarkierer eingehäkelt. Was wir machen, ist wir stechen jetzt neben diesem festen, neben dem Maschenmarkierer stechen wir hier in dieses V ein, was daneben liegt, der Nachbar. Auch hier, wir müssen wieder aus der Nadel, aus der Schlaufe raus, stechen von hinten, hier unten drunter, neben dem Maschenmarkierer ein, holen den Faden hier auf die Nadel und ziehen einmal durch. Gauen, dass der Maschenmarkierer nicht stört. Einmal durch, ziehen den Faden wieder nach hinten. Die Schlaufe lassen wir hinten ein bisschen hängen und jetzt stechen wir in das zweite Maschenherz, also in das Maschenherz links neben dem Maschenmarkierer, also in dieses hier, stechen wir jetzt ein. Das sollte jetzt auch einfacher gehen. Das ist auch jetzt hier ein bisschen größer, mittlerweile schon. Also hier ist die eine, hier liegt die Schlaufe der festen Masche, da stechen wir nicht ein, darunter auch hier die andere, dann auch nicht, sondern da zwischen genau in dem Knotenpunkt stechen wir ein, schauen, dass das auch hinten wieder Querschlaufe hier auch wieder zu sehen ist, in dem Fall ist sie da auch wieder und da liegt sie und dann ziehen wir die Schlaufe nach vorne. Einmal durch die feste Masche durch, nehmen auch die zweite Schlaufe, die wir nach hinten gezogen haben, wieder auf die Masche, auf die Häkelnade drauf, zwei Schlaufen liegen drauf, holen den Faden erneut auf die Häkelnade und Fee machen unsere erste feste Masche von unserer zweiten Runde gemacht, beziehungsweise das ist schon die dritte Runde, weil die erste Runde hier unten, dort haben wir immer nur in das hinterste Maschenglied eingehäkelt, damit sich die Wände nach oben stellen, das war unsere erste Runde, unsere zweite Runde war die etwas schwerere, wo wir in das Maschenglied hier, Maschenherz, etwas schwerer einstechen können, jetzt kommt schon unsere, das wäre dann die dritte Runde, die wir hier starten können, indem wir auch hier wieder in die Maschenherzen einhäkeln, zwar auch hier jetzt in das gegenüberliegende, in den Nachbarn, in das Maschenherz haben wir schon angehäkelt, jetzt stechen wir in dieses hier ein, nicht in die Löcher links und rechts, sondern genau dazwischen hier rein und das geht auch um einiges einfacher, also in der ersten Runde holen die Faden nach vorne, ziehen und den Faden erneut auf die Nadel und ziehen durch beide durch, häkeln unsere feste Masche und jetzt sehen wir auch hier, das ist unsere erste feste Masche, die wir gemacht haben, das ist die zweite, den Maschenmarkierer nehmen wir auch wieder raus, tun ihn in unser erstes V hier, was so ein bisschen nach oben guckt, wieder seitlich einklinken und lassen den einfach da mal hängen und häkeln jetzt hier weiter in die Maschenherzen immer wieder feste Maschen. Auch hier stechen wir hier wieder ein, holen den Faden nach vorne und häkeln unsere feste Masche. Auch hier wieder 32 feste Maschen, bis wir kurz vor dem Ende angekommen sind, damit wäre dann sogar die dritte Runde schon fertig. Einfach ganz normal weiter in die festen Maschen, in die Maschenherzen einstechen, feste Maschen in die Maschenherzen häkeln. Hier ist das nächste. Ganz wichtig, stecht nicht in diese hohe Räume links und rechts ein hier, sondern genau dazwischen in das Maschenherz hier und häkelt feste Maschen. Auch in der dritten Runde haben wir jetzt 32 feste Maschen gehäkelt. Ich komme hier wieder an den Beginn. Auch hier, der Übergang funktioniert wieder genauso. Ich gehe aus der Schlaufe raus von der Häkelnadel, steche dann links neben meinem Maschenmarkierer hier von hinten durch dieses Maschenglied ein, hole den Faden nach vorne, hole den Faden einmal nach hinten durch, die Schlaufe hängt dann wieder hinten raus, und ich steche jetzt hier neben meinem Maschenmarkierer in das nächste Maschenherz ein, hole den Faden einmal nach vorne, schaue, dass meine Schlaufe da hinten nicht verknuddelt wird, habe den Faden jetzt auf der Häkelnadel, gehe jetzt durch meine Schlaufe, die nach hinten raus hängt, die ist jetzt bei mir ein bisschen klein, aber es ist kein Problem, die kann ich ein bisschen ziehen noch. Hier nehme ich die auch auf die Häkelnadel, habe jetzt wieder zwei Schlaufen auf der Häkelnadel und mache jetzt hier wieder meine feste Mascherei. Und wir haben unsere erste Masche hier von unserer jetzt vierten Reihe gemacht. Hier nehme ich den Maschenmarkierer wieder raus, hole ihn hier oben rein und lasse ihn einfach mal da drin hängen. Und auch hier häkle ich jetzt wieder weiter feste Maschen hier in diese Maschenherzen wieder rein, in diese Faust, die hier dazwischen, genau in diese Hohlräume, einmal da reingehen. Und häkle jetzt wieder feste Maschen hier rein und beende dann da und gleich später meine vierte Runde wieder. Für meinen kleinen Korb mache ich in Summe zehn Reihen nach oben. Aktuell haben wir jetzt schon eins, zwei, drei, haben wir schon. Unsere vierte Runde fängt gleich an. In Summe für den kleinen Korb einmal zehn Reihen nach oben häkeln, nach dem gleichen Prinzip. Ich häkle jetzt die vierte Reihe einmal zu Ende und zeige euch dann noch einmal den Übergang, bevor wir dann zum Ende dieses Körbchen kommen. So, die vierte Reihe ist jetzt fast schon zu Ende. Wir machen jetzt wieder den Übergang zur fünften Reihe, indem wir einmal aus der Schlaufe rausgehen, links neben den Maschenmarkierer hier unter die zwei Maschenschenkel unter die zwei Schenkel einstechen und zwar von hinten nach vorne so rum. Hier also nicht im Maschenherz, sondern hier in dieses Loch. Den Faden auf die andere Seite holen, den Faden einmal durchziehen, ihn hinten einfach mal stehen lassen, schauen, dass der Faden euch nicht rauscht, sondern dass er vielleicht ein bisschen auch zieht. Jetzt stechen wir links neben das Maschenherz, wo wir am Anfang stechen wir links neben unserem Maschenmarkierer in das Maschenherz rein, schauen, dass auch hier wieder die Schlaufe passt, dass es genauso ausschaut, holen den Faden einmal auf die Häkelnadel, ziehen ihn nach vorne durch, fädeln den zweiten, die zweite Schlaufe, auch die wir nach hinten gezogen haben, wieder drauf, haben wieder zwei Schlaufen auf der Häkelnadel und häkeln wieder hier eine feste Masche rein. Das ist der Start für unsere jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Runde. In diesem Stil häkelt ihr jetzt, bis ihr 10 Runden gemacht habt und dann beenden wir den Korb mit einer Reihe von Kettmaschen hier oben. Und das zeigen wir euch dann später noch, wie das geht. So, ich habe jetzt 10 Reihen gehäkelt. Ich bin am Ende gerade der 10. Reihe. Die wollen wir noch zusammen abschließen. Ich steche das letzte Mal in das Matschenherz ein und häke meine feste Masche. Jetzt werden wir die Reihen beenden mit so einer sogenannten Kettmaschenrunde. Dazu stechen wir neben dem Maschenmarkierer hier unter dieses Reste Maschen, unter die zwei Maschenschenkel ein, holen den Faden nach vorne und ziehen ihn gleich durch den Faden durch. Was wir jetzt machen, jetzt können wir den Maschenmarkierer rausnehmen und wir häkeln unter jedes dieser Maschenglieder hier, unter die zwei, da stechen wir durch, das heißt, wir ziehen den Faden durch, ziehen ihn gleich wieder durch. Dann in das nächste Loch hier, unter dem nächstes, zwei Schenkel durch, fahren nach vorne holen. Fertig und man sieht jetzt, dass hier der Rand schon dicker wird. Dort, wo wir angefangen haben, da können wir uns einen Maschenmarkierer rein klemmen, damit wir wissen, wo wir gestartet haben. Hier habe ich gerade schon gehäkelt, das heißt, ich gehe in das nächste Glied, fahren nach vorne, direkt durchziehen. Ganz wichtig, immer direkt durchziehen, keine festen Maschen machen, sondern Kettmaschen immer einstechen, Faden nach vorne, direkt durchziehen, einstechen, Faden nach vorne, direkt durchziehen. Und so häkelt ihr jetzt mal in dieser Runde die Kettmaschen rein und man sieht dann, wird das hier ein wunderschöner Abschluss. Dieses Körbchen schaut optisch sehr gut aus. Wenn ich hier am Ende der Runde angekommen bin, steche ich hier jetzt noch in das letzte Maschenglied ein und häkle noch eine Kettmasche. Und dann bin ich auch schon hier an meinem Maschenmarkierer angekommen. Jetzt könnt ihr die Schlaufe ein bisschen größer ziehen, die Häkelnadel rausnehmen, mit einer Schere etwas großzügiger das Ende abschneiden und dann das Ende einmal komplett durchziehen, den Maschenmarkierer auch ausnehmen. Den Rest des Makrameetgarns können wir sehr gut hier in diesen Löchern verstecken. Geht ganz einfach, ihr stecht einfach durch ein Loch hier unter dem Ring einfach mal ein, nehmt den Faden hier auf die Nadel, zieht es durch, einmal so durchziehen, das gleiche macht ihr jetzt nochmal umgekehrt. Das heißt, wir nehmen das nächste Loch. Es ist jetzt auch nicht so wichtig, welche Löcher einfach hier unter diesem Ring, unter diesem Abschluss einfach einmal wieder durchgehen, Faden nach vorne holen und wieder so durchziehen, sodass es halt ein paar Mal da verschlungen ist. Geht durchs nächste Loch, schaut einfach nur, dass der Faden ein paar Mal da durchgewickelt wird, dass das Ganze schön hält. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann könnt ihr den Faden hier hinten ziemlich eng auch abschneiden. Auch diesen Faden hier könnt ihr innen drin nochmal abschneiden und dann habt ihr auch ein sehr schönes Körbchen hier gehäkelt. Das Leder Etiquette könnt ihr dann einfach so seitlich dranbinden, entweder so oder ihr macht es hier oben drüber. Bei dem kleinen Korb haben wir 10 Reihen gemacht plus eine Kettmaschenreihe. Wenn ihr den großen Korb macht, macht ihr 13 Reihen plus eine Kettmaschenreihe und dann habt ihr den großen Korb auch gehäkelt. Wir hoffen euch, habt euch das Spaß gemacht, dass euch das gut gelungen ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß weiter am Häkeln. Bis.